Ja, ich glaube, das war eine gute Idee, euch hin und wieder mal ein Gesetz zu präsentieren. Heute präsentiere ich euch das Pareto-Gesetz. Eigentlich heißt das Pareto-Prinzip, aber bei mir sind es ja Gesetze, weil ich die Paragraphensilvia bin. Also, das Pareto-Prinzip besagt, dass du immer mit 20% deiner Aktivitäten 80% deiner Ernte produzierst. Also, 80% ist verdaddelte Zeit und 20% ist richtig effektiv. Das bezieht sich genauso auch auf die Menschen, mit denen du arbeitest. Von 20% mit denen du arbeitest, kriegst du 80% von dem, was du verdienst. Das ist das Pareto-Gesetz. Auch das, wenn man es weiß, macht die Arbeit und das Leben deutlich leichter. Deine Paragraphensilvia